Musik Jump to the Ridden Die ersten 8 Schritte Den rechten Fuß nach rechts, den linken ran Ein Chassé nach rechts, rechts zur Seite, links ran, rechts zur Seite Ein Crossrock mit links Den linken Fuß vor den rechten kreuzen, das Gewicht wechseln, wieder zurück Und jetzt folgt noch ein Chassé mit einer Viertellinksdrehung Den linken Fuß setzen wir jetzt beiseite Den rechten Fuß ran, jetzt machen wir die Vierteldrehung nach links Und setzen den linken Fuß vorn ab Diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Die nächsten 8 Schritte Den rechten Fuß vor den linken setzen Und eine halbe Linksdrehung Ein Chassé nach rechts Rechts zur Seite, links ran, rechts zur Seite Ein Crossrock mit links Den linken Fuß kreuzen wir über den rechten Wechseln das Gewicht wieder zurück Und ein Chassé mit einer Viertellinksdrehung Den linken Fuß zur Seite setzen Den rechten ran Eine Vierteldrehung nach links Und den linken Fuß vorn ab setzen Diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Die nächsten 8 Schritte Die rechte Ferse vorn aufsetzen Den rechten Fuß an den linken ran Und gleich die linke Ferse aufsetzen Den linken Fuß an den rechten ran Den rechten Fuß vor den linken Und eine vierte Linksdrehung Jetzt folgt ein Crossrock Mit rechts beginnt Den rechten Fuß über den linken kreuzen Das Gewicht wechseln Wieder zurück Und ein Zählerstep mit rechts Den rechten Fuß hinter den linken schwingen Den linken Fuß neben den rechten Und den rechten Fuß wieder nach vorn Und diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Die nächsten 8 Schritte Den linken Fuß vor den rechten kreuzen Den rechten zur Seite absetzen Ein Zähler schaffen Mit einer vierten Linksdrehung Wir schwingen den linken Fuß hinter den rechten Machen dabei schon eine vierte Linksdrehung Den rechten Fuß an den linken ran Und den linken Fuß wieder nach vorn Jetzt setzen wir die rechte Ferse vorn auf Nehmen den linken wieder absetzen Die linke Ferse vorn absetzen Und wieder an den rechten Fuß ran Den rechten Fuß nach vorn Und eine halbe Linksdrehung Diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3 und 4 5 und 6 und 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Ein Kickballtouch mit rechts Den rechten Fuß nach vorn kicken Nehmen den linken absetzen Und den linken Fuß nach links absetzen Jetzt kicken wir den linken Fuß nach vorn Setzen ihn neben den rechten ab Und machen ein Touch mit dem rechten Fuß nach rechts Jetzt folgt ein Zähler-Step Mit rechts Den rechten Fuß schwingen wir hinter den linken Den linken nehmen den rechten absetzen Und den rechten Fuß nach vorn Und ein Zähler-Schaffeln mit einer Viertel-Links-Drehung Wir schwingen unseren linken Fuß hinter den rechten Den rechten Fuß an den linken ran Und den linken Fuß nach vorn Und diese 8 Schritte noch einmal 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Die letzten 8 Schritte Den rechten Fuß nach vorn absetzen Wir machen jetzt eine halbe Rechtsdrehung Setzen den linken Fuß hinten ab Und ein Coaster-Step mit rechts Den rechten Fuß nach hinten, den linken ran Den rechten Fuß wieder nach vorn Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn Machen eine halbe Linksdrehung Setzen den rechten Fuß hinten auf Und ein Coaster-Step mit links Den linken Fuß nach hinten, den rechten ran Und den linken Fuß wieder nach vorn Und diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn 고ri tone Au 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 Au